Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich hier für euch in Battle for S.J. unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns von Elite-Nagern in Nazjatar looten können und zwar schimpft sich das Ding Tiefenlicht-Seelampe und dieses droppt relativ gut, wie ihr seht. Ich habe hier gerade ein paar Nagern nur umgehauen, habe schon zwei wiederbekommen, beziehungsweise eins habe ich noch im Inventar rumliegen und das Ding hat etwa eine 10%ige Chance und droppt bei allen Elite-Nagern. Ich würde es euch empfehlen, etwa hier zu farmen. Dort habe ich es jetzt, wie gesagt, dreimal bekommen, wo ich eine kleine World-Quest gemacht habe, um die Elite-Nager zu killen und dementsprechend kriegt man das relativ easy. Wir lernen das jetzt einmal und schauen uns mal an, was es genau macht. Tiefen Licht, da haben wir es. Und zwar platziert die Lampe und hat eine Stunde Abklingzeit. Schauen wir mal, was das für eine Lampe ist. Setzen wir die mal hier hin. Ah, okay, das ist so ein Teil. Sieht schon nicht so schlecht aus. Leuchtet auch ein bisschen, zwar eher ein bisschen schwach. Ah, die Dinger stehen ja hier überall rum. Hier sieht man ein großes und jetzt haben wir quasi so ein eigenes Teil. Achso, und das können wir sogar anklicken. Ach, cool, schau mal an. Wenn du es anklickst, dann verschwinden diese, was sind das, Zentakel. Und kommen auch wieder hoch. Okay, lustiges Ding. Kann man sich vielleicht irgendwo mal, wenn man mal wieder in Goldshire unterwegs ist, hinstellen. Das war es mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Tela, bis zum nächsten Mal.